Herzlich Willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim TeleStammtisch. Beginnen werden wir mit einem Doppel zum Film Das Ende der Wahrheit und zu Das Ende der Wahrheit weiß ich persönlich gar nichts, außer dass da Alexander Fehling, den ich ja selbst persönlich auch schon mal im Interview hatte, zum Film Drei Zinnen, der hat jetzt die Lola bekommen als Auszeichnung für eben seine Tätigkeit bzw. seine Leistung dort beim Film Das Ende der Wahrheit. Das haben diesmal besprochen der Pascal und der Stu von Movie Break. Die beiden Jungs harmonieren einfach fantastisch und die hat einer den anderen interviewt und das ist ein Traum geworden. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Dann folgen zwei halbe Singlecasts möchte ich meinen. Der erste ist eigentlich auch ein Doppel genau genommen und zwar von der Sarah und mir. Sarah hat sich den Film Karabar Ein Leben ohne Schule genauer angeschaut. Eine Dokumentation, die natürlich eben ja genau das zum Thema hat. Was wäre, wenn es keinen Schulzwang gäbe? Ich habe mit ihr den Film nicht besprochen. Nein, genau genommen habe ich sie zu dem Film befragt, denn selbst habe ich ihn nicht gesehen. Sie ist eine von den neun Kollegen, die jetzt den Weg zum Telestammtisch gefunden hat, denn wir sind ja eine wachsende Redaktion. Wir freuen uns immer über neue Leute. Da seid ihr übrigens auch herzlich eingeladen und nun ja, Sarah ist eine der neun. Ja und zu guter Letzt gibt es noch einen wirklichen, richtigen, hundertprozentigen Singlecast. Und zwar von der Lara zum Film Carmen und Lola. Das ist eine spanische Produktion, die sie sich ja eben auch etwas genauer angeschaut hat und hier für euch eine Solo-Besprechung hinlegt. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Besprechungen. Würde mich freuen, wenn ihr uns in irgendeiner Form Feedback hinterlasst. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload seid ihr dazu herzlich eingeladen. Meldet euch einfach mal. Vielleicht wollt ihr selbst mal mitmachen. Da gibt es auch immer lustige Möglichkeiten. Vielleicht wollt ihr einfach nur mit uns über Filme plaudern. Aber mal unabhängig vom Mikro könnt ihr auch gern tun. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal und jetzt viel Spaß. Ciao. Hallo und willkommen beim Telestammtisch. Heute zu einer Besprechung von Das Ende der Wahrheit. Der Film startet am 9. Mai mit einer FSK 12 Freigabe in den deutschen Kinos. Ist ein Föller mit 105 Minuten Laufzeit. Regie und Drehbuch Philipp Leinemann. Und zu der Besetzung gehörten unter anderem Ronald Zerfeld, Alexander Fehling, Claudia Michelsen, Axel Prahl, Antje Traue und nicht Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Aber Pascal, im Gegensatz zu mir hast du dir den Film angeguckt. Jawohl. Und das heißt, auch nur du kannst uns jetzt ganz grob verraten, worum geht es eigentlich. Also es geht um einen Experten für zentralasiatische Angelegenheiten, der Martin Behrens heißt und beim BND arbeitet. Und in einem Gespräch bzw. in einem Verhör mit einem Asylbewerber kriegt er Informationen über einen Terroristen raus. Und diese Informationen gibt er an die Amerikaner weiter und die machen dann einen Drohnenanschlag auf den Zielort, wo dieser Terrorist sich aufhalten soll. Kurz Zeit später gibt es einen Anschlag in einem Café in München, wo auch eine deutsche Journalistin stirbt. Und mit dieser Journalistin hatte der Martin Behrens ein Verhältnis. Und nachdem er eigentlich aus voller Überzeugung für den Nachrichtendienst gearbeitet hat, fängt er nach dem Anschlag langsam an, seinen Job und die Strukturen dahinter zu hinterfragen. Und ja, begibt sich auf die Spur einer Verschwörung. Das klingt ja interessant. Das klingt aber auch ein bisschen, also kennst du diese RTL-Zweiteiler? Ist das so ein Film, so ein RTL-Zweiteiler, der sich ins Kino verirrt hat oder ist das wirklich eine ernstzunehmende Kinoproduktion? Man muss sagen, dass der vom kleinen Fernsehspiel produziert wurde. Und aber trotzdem auf jeden Fall kinotauglich ist. Okay. Und woran machst du das aus? Allein an den Bildern schon. Der sieht aus wie Kino. Der sieht aus wie Kino, der hat tolle Schauspieler und die Geschichte finde ich eigentlich... Ja, wobei die Geschichte, die klingt, so wie ich sie gerade vorgelesen habe, schon ein bisschen konventionell, oder? Also für internationale Produktion ja, fürs deutsche Kino eher nicht. Also solche Geschichten, finde ich, kennt man im deutschen Kino jetzt wirklich nicht. Wenn das jetzt eine Geschichte wäre von irgendwie zwei guten Freunden, die zusammen auf Single-Frauenfang gehen, ja, dann würde ich sagen, hm, kommt mir bekannt vor. Aber das, also das deutsche Kino hat sich ja immer schwer getan mit Genroproduktion. Also nicht immer, aber in den letzten Jahren vor allem. Vor allem auch mit so richtig politischen Stoffen, ne? Es gab doch mal diesen Film mit Moritz Bleibtreu, ähm, die vierte Macht. Ja. War das eine deutsche Produktion? Ich glaube, ja. Nicht eine russische? Also er spielte in Russland, aber ich glaube, das war eine deutsche Produktion, wo vielleicht auch ein bisschen russische Fördergelder mit eingeflossen sind, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Hast du den gesehen? Den habe ich leider nicht gesehen. Gut, ich auch nicht, also können wir gleich jetzt nicht gerade ziehen. Aber man kann sagen, dass Polit-Thriller im deutschen Kino eher Mangelware sind. Und wenn, ist es halt meistens darum, dass irgendwie alte Herren an so komischen Tischen sitzen und darüber diskutieren, was sie jetzt zu machen haben. Und es sind vielleicht meistens Filme, die irgendwie entweder im Zweiten Weltkrieg oder in der DDR spielen. Ja, genau. Und das klingt ja jetzt alles sehr aktuell. Sehr aktuell, genau. Auf jeden Fall sehr aktuell. Also Flüchtlingskrise, Terrorgefahr, Vertrauen in Politik und Bundesnachrichtendienste, das schwingt da alles mit, ja. Wahnsinn. Drei zum Preis von einem. Ah, super. Also ich würde zu stark. Ja. Das lohnt sich auch. Obwohl ich es nicht gesehen habe. Es lohnt sich, sagst du. Es lohnt sich. Ich habe den, also diese Geschichten, die kann man ja so ein bisschen variieren. Die kannst du, wenn du jetzt einfach den Hintergrund von Afghanistan oder von Syrien wegstreichst und das einfach auf die Korruption innerhalb von Geheimdiensten in Amerika oder sonst irgendwas überträgst. Dann hast du sowas in den 70ern halt auch schon tausendmal gesehen. Okay. Von der Story her einfach herauszufinden, wie korrupt sind Nachrichtendienste, wie korrupt sind Geheimdienste, wie korrupt ist unsere Politik. Und du hast dann halt eine Hauptfigur, die sich auf den Weg macht, die Wahrheit zu finden und dann nach und nach immer mehr verstehen muss, dass alles, woran sie geglaubt hat, eigentlich eine Lüge ist. Sowas gibt es. Sowas gab es halt schon tausendmal. Nur halt, dass es jetzt mal eine deutsche Produktion ist und wirklich auch Kritik an deutschen Nachrichtendiensten verübt. Das war schon, habe ich so in dieser Drastik noch nicht gesehen. Also die wirklich darauf erpicht ist, die Politik infrage zu stellen. Ist der Leinemann, den er gedreht und geschrieben hat, denn auch dazu bereit, sein Publikum zu unterhalten oder versucht er da wirklich mehr so eine Botschaft zu aktivieren? Das ist ein Genrefilm. Das ist ein rein rassiger Genrefilm. Der ist auf jeden Fall für Unterhaltung und für Aussage. Gibt es beides. Okay. Also so ein bisschen wie das Ü-Ei. Spannung und Schokolade in einem. So ist es. Ja, sehr gut. Gab es denn, jetzt warst du da voll des Lobes, aber es muss doch irgendwas geben, was vielleicht nicht ganz so funktioniert hat. Ja, wie ich schon gesagt habe, also diese Geschichte, diese grundsätzliche Geschichte von einem Einzelkämpfer in Anführungsstrichen, der sich gegen ein ganzes System wehrt und nach und nach das faule Innere nach außen kehrt, das ist nicht neu. Okay. Aber der Kontext einfach, dass es eine deutsche Geschichte ist und die eine speziell deutsche Kritik verübt, das macht es dann wieder zu einem was Besonderem. Vor allem, dass es auch ein Kinofilm ist. Jetzt hast du aber schon gesagt, dass es produziert wurde vom kleinen Fernsehspiel des ZDFs. Das ist ja eine sehr traditionelle Einrichtung, die schon viele großartige Sachen zu Tage gefördert haben, die aber jetzt nicht dafür bekannt sind, jetzt groß budgetierte Produktionen zu machen. Deswegen, wenn man jetzt mit der Erwartung daran geht, dass man da einen Thriller sieht, wo alle fünf Minuten Verfolgungsjagd ein Auto explodiert oder geschossen wird, wird man dann eher enttäuscht oder bekommt man wirklich das geboten? Also wenn man wirklich so einen actionreichen Thriller sehen möchte, wird man enttäuscht. Der hat diese grundsätzliche Spannung, dass die Hauptfigur immer in Lebensgefahr schwebt und es gibt im letzten Drittel auch eine Schießerei, eine ordentlich blutige Schießerei. Aber ansonsten ist es eher dieser Verschwörungs-Thrill. Okay. Glaubst du, dass dieser Film jetzt alleine dastehen wird oder glaubst du, dass wir in Zukunft vielleicht auch ein paar andere Filme solchen Kalibers aus Deutschland bekommen? Ja, das ist eine gute Frage. Danke. Ja, da frage ich mich immer, seit wie vielen Jahren sprechen wir darüber, dass Deutschland endlich wieder gute Genre-Filme macht? Ich würde jetzt mal sagen, dass wir das so seit fünf, sechs Jahren wieder dieses Thema haben. Warte kurz, ich habe es mal aufgeschrieben, 11. August 1997. So lange also schon, ja. Und so lange hat es jetzt gedauert, bis wir einen aktuell oder einen Thriller haben, der wirklich einen Bezug, einen ganz klaren Bezug zur aktuellen Lage hat, zur politischen Lage, zur geheimdienstlichen Lage. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass dann noch mehr kommt. Aber ich weiß nicht, ob es dann auch wieder so wirklich als reinrassiger Polit-Thriller daherkommt. Ich muss ja sagen, für mich ist der Film ja schon deswegen interessant, weil Ronald Zerfeld mitspielt. Ein großartiger deutscher Schauspieler, wie ich finde. Und der vor allem, der hat das Talent, ich nenne es einfach, er hat die Fresse. Also er hat die Fresse dazu, ein Darsteller zu sein. Der hat ein richtig schönes Gesicht. Wie ist der so im Film? Den liebe ich ja auch sehr. Und der ist grandios in dem Film. Das Problem an seiner Figur ist nur, dass die zu gut ist. Die ist zu gutmütig. Es dauert zu lange, bis diese Figur endlich mal versteht, für was sie ihr ganzes Leben eigentlich eingestanden ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, ein reflektierter Mensch wie er ist, ist hochintelligent und total bewandert in, was weiß ich worin, dass der sein ganzes Leben lang wirklich streng und voller Überzeugung daran geglaubt hat, was er tut. Und niemals hinterfragt hat, was da eigentlich für Strukturen hinterstehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du darüber redest, habe ich aber schon das Gefühl, dass das jetzt kein Genre-Film ist, der jetzt nichts für seinem Publikum fordert. Also der fordert, glaube ich, zumindest von deiner Erzählung her, schon ein bisschen Grips von seinem Publikum. Für einen Unterhaltungsfilm ist der relativ komplex. Ja, also es ist kein Film der Marke Hören aus Spaß. Nein, nein, nein. Der ist für einen Unterhaltungsfilm, wobei Unterhaltungsfilm klingt immer so, ich weiß nicht, für ein... Es klingt immer so trivial. Ja, ja, für einen Film, der sein Publikum mitreißen möchte, ist er schon durchaus komplex, ja. Ähm, wobei die eigentliche, ähm, die eigentliche Sensation in dem Film ist der Alexander Fehling. Alexander Fehling. Äh, auch so ein aufstreben, ich weiß gar nicht, kann man den noch aufstrebenden Darsteller nennen? Eigentlich schon etabliert, oder? Also ich kenne den schon recht lange. Ja, eigentlich schon etabliert. Also wer sich ein bisschen mit dem deutschen Kino, abseits von Till Schweiger und Matthias Schweighöfer auskennt, der ist auch schon mal auf Alexander Fehling gestoßen. Genau. Alexander Fehling spielt einen jungen, ähm, spielt den jungen Chef von einem Krisenstaat des BND. Und, ähm, das ist so ein Karrierer... Gottes Willen, wie spricht man das denn aus? Äh, so ein, so ein, äh, Karrieremensch. Ein Karrieregeiler Horst. Ich hab dieses Wort, darf ich noch nie... Karriererist. 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 Ja, okay. Musst du auf jeden Fall gleich rausschneiden. Äh, so ein Karrieremensch. Und, ähm, der den Posten bekommen hat, weil er frei war. Und jetzt, äh, als normal denkender Mensch stellt man sich die Frage, wie kann der Posten des Krisenchefs beim BND frei sein? Wie kann das sein? Ähm, genau. Und, äh... Ich schäme gerade die Anzeige da von ihm. Obwohl, im Neustädter Tageblatt unter Jobsuche irgendwie, wir BND suchen sie, wenn nicht weiblich. Ja. Und er natürlich, oh geil, mh, guter Job, mach ich, äh, super Aufstiegsschanken, geile Besoldungsstufe, bin ich dabei. Und, ähm, er ist dann auch so jemand, der, äh, am Anfang so als Gegenspieler von dem, äh, Ronald Zerfeld etabliert wird, aber nach und nach dann feststellen muss, ah, irgendwas läuft hier nicht so richtig. Und das ist ganz interessant, wie diese, wie diese Figur auftritt, weil die immer so gebückt läuft, er hat immer so, er hat immer so einen Buckel und die Klamotten von dieser, von, von dem, ähm, Patrick Lemke heißt der, Patrick Lemke, sind immer eine Nummer zu groß. Und der ist immer am Nuscheln, das ist, also das ist ja sowieso, der Alexander Fehlinger hat ja nicht sonderlich saubere Aussprache, aber, äh, weiß ich nicht, das ist so eine Figur, die schon einfach vom ersten Auftritt interessant ist, wo du weißt, ah, da, mit der geht noch was. Der ist nicht das, was er vorgibt. Okay, das klingt alles sehr interessant, jetzt, äh, glaube ich, sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir, glaube ich, zum Fazit kommen können. Ja. Äh, deswegen, Pascal, gib uns mal ein Fazit mit, äh, punktueller Bewertung und vielleicht, wenn du es schaffst, kannst du uns vielleicht noch so ein paar Filme nennen, wenn man die mag, dass man dann auch mit dem Film seinen Spaß haben könnte. Also, mein Fazit wäre, dass das ein durchaus spannender Politthriller aus Deutschland ist, der vielleicht von seiner Prämisse und von seinen Figuren nicht sonderlich neu ist, wenn man amerikanische Politthriller gesehen hat, aber für deutsche Verhältnisse ist das wahrscheinlich schon was Besonderes und, ähm, das muss man auf jeden Fall würdigen, dass er wirklich, äh, diesen kritischen Bezug zur Politik und zu Nachrichtendiensten hat. Ähm, Punkte würde ich... Von 1 bis 5, ne? Du kannst auch gerne von 1 bis 6 machen. Auf der Weise. Von 1 bis 6? Ne, ich mach mal von 1 bis 5 und gebe 3,5 von 5. Ähm, und vergleichbare Filme. Machtlos mit Jack Gyllenhaal und Meryl Streep. Sehr guter Film, ja. Ähm... Also, schön, wenn ich mich einwischen. Ich hab den für mich gesehen, also jetzt den, mit dem wir hier gerade drüber sprechen, aber ich hab vor einem Jahr die Neil Hilton Affäre gesehen. Okay. Ich glaube, der würde da auch ganz gut reinpassen. Okay. Und, äh, vielleicht einfach, ähm, im Labyrinth des Schweigens, auch mit Alexander Fe... Fehring? Fehring? Fehring. Fehring in der Hauptrolle, äh, da geht es darum, ähm, um die Auschwitz-Prozesse. Äh, hat natürlich, äh, mal wieder diesen zweiten Weltkrieg, äh, Feldkriegsbezug, aber der ist auch sehr gut. Den empfehle ich jetzt einfach mal, weil ihn zu wenig Leute gesehen haben. Ja, das stimmt. Großartiger Film. Dann empfehle ich noch TKG 2. Ja. Und dann sind wir durch für heute. Sehr gut. Okay. Ja, Pascal, ich danke dir für deine Meinung, ähm, und, äh, wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation Karabar. Hashtag Leben ohne Schule. Der hat natürlich keine Altersbegrenzung, eine Laufzeit von einer Stunde 32 und kommt jetzt ganz bald. Am 9. Mai 2019 ist es, glaube ich, in die deutschen Kinos. Und, ja, von was er eigentlich handelt, kann ich erneut absolut nicht sagen. Aber glücklicherweise haben wir beim Tele-Stammtisch viele, 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 viele neue Kollegen. Wir sind inzwischen, wie gesagt, eine Redaktion aus fast 30 Leuten, die regelmäßig Filmbesprechungen macht. Und diesmal war die Sarah so nett, den Film für uns anzuschauen. Hi, Sarah. Hallo. Guten Tag. Hi. So, jetzt mal völlig unvorbereitet und ohne, dass wir das vorher abgesprochen haben. Nur zur Einordnung und ich werde es nicht kommentieren. Was war der beste Film, den du dieses Jahr gesehen hast? Ich werde es nicht kommentieren. Einfach nur so aus dem Bauch raus, sei es im Kino oder zu Hause. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, ich glaube, es war Solo. Der Kletterfilm. Ja, klar, die Dokumentation hat ja auch nicht zu Unrecht diesen Oscar eben auch gekriegt, ne? Aber ich muss sagen, Caraba fand ich auch echt gut. Also, ja, es war auf jeden Fall auch eine ganz andere, also so einen Film habe ich auf jeden Fall noch nie zuvor gesehen. Ähm. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wovon Caraba Leben ohne Schule eigentlich handelt. Da ist ja auch so ein Hashtag dazwischen. Hat das irgendeinen mega smarten Grund oder sieht das einfach nur verdammt cool aus? Ähm, ich glaube, es hat den Grund, dass es einfach der Hauptaspekt in diesem Film ist. Also, es ist ja ein fiktionaler Film. Es geht einfach darum, dass eine Welt aufgezeigt wird, in der es keine Schulpflicht mehr gibt. Und die Kinder einfach frei leben. Sie müssen auch noch, wie auch jetzt in der normalen Welt, natürlich kein Geld verdienen, weil es ja immer noch nach wie vor Eltern gibt, die dafür sorgen, dass jeder, ja, dass die Grundbedürfnisse gesichert sind. Aber die Kinder an sich sind halt frei, ihren Vorlieben und Interessen nachzugehen, so wie sie sich das wünschen und vorstellen. Und, ähm, darum geht es in diesem Film. Wenn du sagst, frei, also nach einer Welt, in der das so ist und so frei nach, also, ähm, ist das denn jetzt die Darstellung tatsächlicher Kinder, die irgendwas, die tatsächlich so in der Form leben? Oder ist schon irgendwie Fiktion auch dabei? Also, es sind wirklich Kinder, also, es ist quasi, der Film ist halt anhand von fünf Kindern, beziehungsweise Jugendlichen werden eben so verschiedene Lebensstränge aufgezeigt. Und, ähm, man sieht halt, so, es gibt halt so die Vorzeige Jugendliche, die irgendwelche Forschungen anstellt und ein Schlafmittel quasi selbst erfindet oder eben weiterentwickelt und das dann auch testet an Probanden und so weiter. Und sie ist eben so, das ist so wie der perfekte Lebensweg so, was wünscht man sich quasi, dass alle mit 15 schon irgendwelche Nobelpreise bekommen oder so. Und es gibt aber auch zum Beispiel einen der Protagonisten, der halt einfach irgendwie, ich glaube, zwölf Jahre alt ist und die ganze Zeit einfach nur im Taxi von seinem Vater mitfährt, weil er halt keinen Bock hat, irgendwie selber was zu machen. Also, sonst baut er immer eher so ein bisschen Scheiße und ist eher so, dass davor hat man vielleicht eher Angst, wenn man an so den Gedanken erst mal sich so vorstellt, es gibt keine Schulpflicht mehr, was machen Kinder dann den ganzen Tag? Sie hängen nur ab und haben eigentlich gar keinen Bock, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und ja, das ist halt ganz interessant, dass eben so ganz verschiedene Kinder oder Jugendliche da so, ja quasi zu Wort kommen und sich dann aber auch entwickeln. Also, das ist sehr spannend gemacht. Ja, generell frage ich mich ja, weil das natürlich der erste Gedankengang ist, den man dann also hat, wie keine Schulpflicht, was soll das denn jetzt? Was ist das denn für eine ideologische Geschichte, die uns hier aufgetischt wird? Und das ist ein Filmprojekt, das ist wohl unabhängig über Crowdfunding finanziert worden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier vor allem die Botschaft, ja, also ein Leben kann auch ohne Schulpflicht funktionieren, dass man die so ein bisschen positiv unterstreichen möchte. Ist das so oder ist jetzt gerade der Junge, der bei seinem Vater im Taxi mitfährt, eigentlich ein Negativbeispiel, das vielleicht auch hängen bleibt? Nee, es ist total so, wie du gesagt hast. Also, es geht darum, so eine neue Möglichkeit einfach zu zeigen, oder halt einfach so zu zeigen, die Form der Bildung, die wir jetzt kennen, ist halt nur eine Form der Bildung. Aber es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wie es sein könnte oder wie die Welt auch funktionieren könnte. Und in dem Film ist es halt so dargestellt, dass halt irgendwann in der Geschichte der Zeitpunkt ist, wo einfach der deutsche Staat sozusagen, es ist so wie ein Gerichtsurteil, dass halt festgestellt wird, ja, die Schulbildung, die es jetzt gibt, ist eigentlich verfassungswidrig, weil es dem widerspricht, dass jeder Mensch das Recht hat, sich frei zu bilden. Und das soll eben dieser Film zeigen, dass es einfach, ja, eigentlich ein Grundrecht ist, seinen eigenen Weg zu finden, wie man sich bilden kann. Und dass auch jeder Mensch so seinen Lebensweg hat oder auch gehen kann und darf. Und auch aus dem Jungen, der nur im Taxi mitfährt, wird dann noch was sozusagen. Das ist klar. Sarah, gehe ich zu Recht in der Annahme, dass du genau wie ich auch mal in der Schule gewesen bist? Ja. Ja, war es ja auch so. Das heißt also, auch du hattest die Gelegenheit, die Vor- und Nachteile des deutschen Schulsystems kennenzulernen. Wie ist das jetzt zu dem Film? Geht der denn auch so ein bisschen auf die Pros und Cons ein oder ist der sehr einseitig? Ja, klar. Also es ist ja so, im jetzigen, unserem gewohnten Schulsystem geht es ja sehr so quasi in die Breite. Also jeder muss so bestimmte Grundkenntnisse oder Fähigkeiten erlangen, um dann so eine gewisse Grund- oder Allgemeinbildung halt zu haben. Und das kommt in dem Film auch vor. Also da ist zum Beispiel einer der Jungen, ein Junge, der kann halt nicht lesen oder nur so ein bisschen. Und der ist aber schon irgendwie 14, 15 Jahre alt. Und er lernt halt irgendwann ein Mädchen kennen in der Eisdiele. Und das ist so ein bisschen noch so eine kleine Liebesgeschichte am Rande. und sie verbringen halt einfach immer mehr Zeit miteinander und sie bringt ihm halt Lesen bei. Und das ist halt ganz schön, weil der Film halt auch so zeigt, man kann, also das Lernen ist jetzt ja, also wir haben ja jetzt den Begriff von Bildung, ist etwas, was nur ein Lehrer, also Bildung muss von einem Lehrer zu einem Schüler gebracht werden oder unterrichtet werden. So Frontalunterricht, so ganz klassisch. Und der Film zeigt halt das andere, den Kontrast, dass halt einfach, dass man im Leben lernt. Also Lernen ist ein Bestandteil vom Leben. Und wie bei dem Jungen zum Beispiel wieder, er lernt ein Mädchen kennen und sie verbringen Zeit miteinander. Und wie nebenbei lernt er halt Lesen. Und das fand ich halt ganz schön, also dieser Ansatz, dass es einfach so was Natürliches ist zu lernen und es muss nicht anstrengend sein, sondern es ist so angenehm für ihn. Er lernt es, er muss sich nicht auf der Schulbank quälen, sondern er hängt eh gern mit dem Mädel ab und verbringt Zeit mit ihr und sie bringt ihm halt Lesen bei. Das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, wenn man das mal so präsentiert. Jetzt heißt der Film ja im Untertitel quasi Leben ohne Schule. Schule selbst ist ja mehr als nur Unterricht. Schule selbst ist ja unter anderem auch eine soziale Komponente. Also ich würde mal behaupten, dass die Schule mich auch in einem gewissen Alter einfach ganz massiv geprägt hat durch meine Mitschüler und vielleicht auch durch einfach ja menschliche Themen, die da eine Rolle gespielt haben. Was eben jetzt nicht nur nachteilig war. Ganz im Gegenteil. Wie gesagt, es hat mich auch sehr geprägt. Wird das hier thematisiert? Sind das alles Kids, die sonst nur alleine unterwegs sind? Durch Zufall eben. Jetzt hier mal beim Eis essen. die vermutlich Liebe ihres Lebens kennenlernen. Also spielt sowas irgendwie auch eine Rolle? Oder ist es wirklich nur der reine Unterricht, auf den hier abgestellt wird? Doch, also klar, das kommt auch vor. Das ist halt auch ein Thema, was ich jetzt so auffinde. Im klassischen Schulumfeld hat man ja auch oft dann sowas wie so Gruppenzwang oder so. Oder man verhält sich irgendwie wie auf eine bestimmte Art und Weise, weil es halt alle machen. Und das ist in dem Film dann eben nicht. Also die Kinder sind quasi freier. Also in allen Bereichen. Und klar, es ist nicht so, dass die jetzt, also es gibt schon einen, wieder der Kleine, der immer im Taxi sitzt, der zum Beispiel hat halt wirklich irgendwie keine Freunde oder so. Aber er hat halt eine Familie und hat halt Brüder, Geschwister und so weiter. Aber es ist auch einfach so, einfach Typsache. Also das ist nicht so, dass die jetzt alle so total isoliert sind, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, da irgendwie Leute kennenzulernen. Also und es gibt ja auch nach wie vor noch sowas wie Universitäten. Also es ist nicht so, dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, irgendwie Leute kennenzulernen oder sich selber dann weiterzubilden. Wenn du jetzt sagst, es gibt Universitäten, also sagt der Film etwa, okay, bis zu einem gewissen Alter braucht ihr nicht in die Schule gehen, aber wenn es darauf ankommt, müsst ihr schon an die Uni? Nee, also es ist halt auch so ein freiwilliges Ding. Also es gibt auch, glaube ich, das hat man jetzt nicht so ganz klar rausgesehen, aber es gibt, glaube ich, kein Mindestalter oder so für Universitäten. Also es ist dann zum Beispiel, man kann auch schon mit 14 zu irgendeiner Vorlesung gehen, wenn man da schon so ein krasse Interesse dafür hat. Ja, also es ist kein, wie gesagt, es ist so, es gibt auch, also es gibt alles, wie es halt jetzt auch ist. Also es gibt Ausbildungen, es gibt Universitäten und es ist ja jetzt auch so, dass nicht jeder studiert. Ja, definitiv, genau. Das hat natürlich dann schon, aber die Schulpflicht geht ja auch nur bis zum, ich glaube, 16. Lebensjahr, soweit ich weiß. Alles andere danach ist ja irgendwie freiwillig. Zumindest im gewissen Rahmen. Will ich mich aber auch nicht festlegen und ich werde nicht überrascht, wenn das wieder bundeslandspezifisch ist. Also habe ich besser nichts gesagt. Gibt es denn noch generell Szenen in der Doku, die du dir ansprechen möchtest, die dir besonders im Kopf geblieben sind? Hat der Film vielleicht aufgrund dieser Szenen oder insgesamt jetzt auch eine Wirkung auf dich, sodass du sagst, hier, also ich schicke jetzt hier garantiert niemanden mehr in unser Schulsystem. Gibt es da irgendwie noch Punkte, die du noch ansprechen möchtest? Ja, also was ich halt noch, also was mir halt noch besonders aufgefallen ist, ist halt auch, dass sich dadurch, dass sich das Schulsystem geändert hat, auch so dieses normale, traditionelle Familienbild ein bisschen aufgelöst hat, weil einfach, es gibt auch so der Begriff Wahlverwandtschaft, fällt auch in dem Film, dadurch, dass halt einfach wie jeder von jedem lernen kann, einfach weil er ein Mensch ist und bestimmte Fähigkeiten oder Kenntnisse hat, die ein anderer vielleicht noch nicht hat, aber lernen will. Es ist einfach so ein bisschen nicht so, dass man immer nur mit seiner Familie und den Klassenkameraden Zeit verbringt, so wie jetzt, sage ich mal, sondern das halt auch sein kann, dass man durch Zufall oder durch gemeinsame Interessen in einer ganz anderen Familie dann auf einmal, also das ist halt auch ein Fall in dem Film, dass ein Mädchen und ihr Vater ist ein bisschen depressiv und kommt nicht so ganz mit der Welt klar und hat ihr nach 13 Jahren gesagt, dass sie nicht von ihrer Mutter ist, die sie dachte, die sie hat und sie hat daraufhin erstmal keinen Bock mit ihrem Vater irgendwie groß Kontakt zu haben und auf einmal ist sie in so einer anderen Familie und verbringt da total viel Zeit. Also einfach so dieses, was eben ein großer Punkt war, nicht nur Erwachsene sorgen für ihre eigenen Kinder, so wie es ja heute der Fall ist, sondern jeder, also jedes Kind wird auch von anderen Erwachsenen ernst genommen und auch gefördert und auch, ja, es wird sich um jedes Kind ernsthaft bemüht so und auch die ganzen ja, wie soll ich sagen, Kinder an sich werden ernst genommen und auch die Fragen und Interessen von Kindern werden ganz anders gesehen als jetzt. Also da ist zum Beispiel auch eine Szene, da ist die, das Mädchen, die das Schlafmittel erfindet, die sitzt irgendwo in so einer Art, ich weiß nicht genau, Jugendherberge oder so, auf jeden Fall sitzt sie da und da springt so ein kleines Mädchen hinter ihr auf dem Bett herum und das Mädchen will so mit ihr reden und die Jugendliche sagt aber so, ja, du nervst, hör mal auf, hier so rumzuspringen und so und dann unterhalten sie sich aber doch ein bisschen und das Mädchen sagt dann so, ja, sie würde gern wissen, was in den Kissen drin ist und dann sagt die Jugendliche so zu dem, zu einem Leiter in diesem Gebäude, ja, dass dieses Mädchen hier, wie heißt du eigentlich, da wird dann erst klar, dass sie sich halt noch gar nicht kannten davor, dieses Mädchen würde gerne ein Kissen aufschlitzen, um zu sehen, was darin ist und der Leiter geht los und holt ein Messer und schlitzt ein Kissen auf und das Mädchen verstreut die Federn, also es ist halt einfach nur so, das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, so in der heutigen Welt würde es halt so nicht passieren, glaube ich, also es ist halt so ein bisschen eine wundersame Welt irgendwie, weil alle auch miteinander verbunden sind und ja, irgendwie hat mich das so ein bisschen fasziniert und auch gerührt, dass es so, ja, eine neue, neue Verbindungen schafft, so. Wären eigentlich andere generelle Schulsysteme wie meinetwegen Waldorf oder die ganzen anderen, die es gibt, angesprochen und ist irgendwie vielleicht sogar sinnvoll, alle Schüler oder alle, nicht nur nicht Schüler, alle Jugendlichen hier in 10, 20 Jahren vielleicht nochmal aufzusuchen, um zu schauen, was es hier geworden ist? Also so ein Thema Waldorfschule, also es wird nicht direkt angesprochen, aber es geht halt in die Richtung, weil sozusagen dieses, also was ja auch ein großer Punkt in, bei Waldorfschulen und so weiter ist, dieses Talente fördern und Potenziale fördern, also das kommt auf jeden Fall vor in dem Film und ist auch ein großer Punkt, da ist auch zum Beispiel ein Junge, der totales Talent für Kunst und Kunstgeschichte hat und wie man auch Kunst interpretieren kann und bei ihm ist es aber dann so, er wird auch, er hat auch so eine Art Mentor oder Lehrer, der mit ihm dann im Museum ist und der Junge gibt dann auch selbst Führungen und so weiter, aber am Ende kommt dann eben nochmal so im Abspann, was aus jedem Kind geworden ist oder Jugendlichen geworden ist und dieser Junge wird zum Beispiel dann später einfach Schiedsrichter für Basketball Gruppen oder so, also es ist halt auch so, man muss auch nicht das beruflich machen, was man als Talent hat oder so, also es ist halt so, wie so, alles ist möglich einfach. Okidoki, dann kommen wir glaube ich jetzt mal zum Fazit oder gibt es noch Punkte, die du vorher ansprechen möchtest? Ich fand es insgesamt eher so, ich kann noch sagen, so positive Atmosphäre, positive Stimmung, auch musikalisch, also es war so, ja, ganz, ganz schön kann man sich ganz schön anschauen, so. Alles klar, gut, dann würde ich dich am Ende gerne noch um ein Fazit bitten, wo du zum einen irgendwie auf der Punkteskala zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe und 5 ein absolutes Meisterwerk ist, irgendwie versuchst eine Einordnung zu machen, kannst du auch gerne Viertel, Halbe, Dreiviertel, hast du nicht gesehen, Punkte geben, also vorher frei und wenn du möchtest eben auch noch eine Empfehlung für eine Zielgruppe abgeben, wem könnte der Film eigentlich gefallen, ach und wo es mir gerade einfällt, was heißt eigentlich Karabar? Ha, okay, also so, alles in allem würde ich dem Film Karabar eine 4,5 geben, weil, ja, ich fand ihn wirklich gut und zwar deswegen, weil es einfach eine neue Sichtweise zeigt und weil es einfach so dargestellt wird, wie, das ist einfach der Verlauf der Geschichte, es ist wie, früher durften Frauen nicht wählen, heute ist es ganz normal, dass Frauen wählen dürfen und in 50 Jahren ist es ganz normal, dass es keine Schule mehr gibt oder so und irgendwie, ja, ich fand, es hat mir Spaß gemacht, den Film anzuschauen und es zeigt so mit Leichtigkeit irgendwie eine neue, ja, Perspektive oder neue Möglichkeit auf und Karabar ist eigentlich ein Schreibfehler von dem Jungen, der am Anfang noch nicht schreiben kann, er sollte oder er wollte eigentlich Abracadabra schreiben, aber er hat Karabar geschrieben, das ist so, daher kommt das anscheinend. Wow, cool, alles klar, vielen Dank. Ja. Gut, Sarah, ich danke vielmals für deine Zeit, die du dir genommen hast, sowohl den Film zu schauen, den wir vorab als Streaming-Link zur Verfügung gestellt bekommen haben, als auch mit uns hier und jetzt über den Film zu sprechen und ich würde mich freuen, wenn wir das in irgendeiner Form möglichst zeitnah wiederholen können. Ja, danke schön, also ich fand es auch voll cool und auch ich war ein bisschen aufgeregt am Anfang, aber dann war es ja doch eigentlich ganz okay. Supi, dank dir, vielen Dank, ciao. Cool, danke, bis bald. Herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch, ich bin die Lara und wir reden heute über den Film Carmen und Lola. Carmen und Lola ist eine spanische Produktion, die Regisseurin dahinter ist und ich möchte mich entschuldigen, ich werde diesen Namen komplett falsch aussprechen, Arantaxa Ecaviaria, die zwei Hauptrollen, einmal die Carmen wird porträtiert von Rosi Rodríguez und die Lola wird produziert von Zaira Romero. Ja, kurz um dieser Film ist es über zwei Frauen, die aus der spanischen Roma-Community kommen, also Gemeinschaft, die, die sogenannten Gitanos oder Kale, wie sie sich selbst nennen und die sich halt ineinander verlieben, was dort alles andere als üblich ist, wenn auch, ich würde mal sagen, stark verbünd. Die Geschichte fängt damit an, dass Carmen halt gerade einen Antrag bekommen hat von ihrem Freund, sie ist sich überhaupt nicht bewusst, dass sie auch auf Frauen steht oder dass sie dem Falle auch auf eine Frau stehen wird, man kann es jetzt so nicht so sagen, es wird nicht in solchen Termini quasi geredet, von wegen hetero, homosexuell, wie auch immer. Auf jeden Fall bereitet sie sich gerade auf ihre Verlobung vor, dann haben wir auf der anderen Seite Lola, die fast 17 Jahre alt ist, die aus einem strengen Haushalt kommt, das ist ein Vater, der überhaupt nicht einsieht, dass ihr, dass seine Tochter irgendwie eine höhere Bildung braucht oder was anderes machen soll, also heiraten, Kinder produzieren und beim Marktstand helfen. Die Mutter versucht da so ein bisschen gegenzuarbeiten, die Mutter ist selbst Anna-Verbetin und hat halt ein bisschen darunter leiten müssen, dass sie da nie rauskam. Auf jeden Fall, Lola weiß ganz genau, dass sie auf Frauen steht, man sieht sie auch immer wieder mal chatten in einem Chatraum, wo es halt so geht, dass sich dort Frauen treffen und sie lernt, Garmin aus Zufallsbekanntschaft auf dem Markt kennen, dass es anfängt zu regnen und sie halt alles abdecken müssen und sie muss das Plastik von ihr leihen. Und dann fängt es so ein bisschen an, dass Lola immer wieder kaum mal folgt, sie sieht sie dann wieder auf deren Verlobungsfeier mit ihrem verlobten Rafa und ja, es ist halt, es ist eine Liebesgeschichte, die sich so ein bisschen entwickelt. Lola weiß von Anfang, sie ist verliebt in Carmen und Carmen findet zuerst so, ja, so eine nette Freundin und dann, als es dann so ein bisschen konkreter wird, schluss sie sie direkt weg, sagt dazu, ich bin nicht lesbisch, ich stehe nicht auf Frauen, du bist anders als ich, aber trotzdem lässt sie sich halt in dieses Verführungsspiel, was letztendlich Lola auch ein bisschen spielt, die eigentlich selbst keine große Erfahrung hat, aber auf Halt auf Carmen steht, lässt sie sich da ein und dieses Verführungsspiel und dieses Liebesspiel von, ah, ich nenne dich gerne, da entwickelt sich ein bisschen mehr, ah, wir verstecken das vor unseren Eltern und Familien, das zieht sich durch den ganzen Film, also es zieht sich durch sehr, sehr große Teile des Films und jetzt kommt der Spoiler, das läuft wirklich nicht gut, sie werden natürlich entdeckt und zwar entdeckt die Mutter von Lola ein Liebesbrief von Lola an Carmen und selbst die Mutter, wie gesagt, ist Analphabetin, kann aber eigentlich, kann trotzdem ganze Sätze lesen und sieht natürlich, ah, ich liebe dich, Carmen, und kann es lesen und sagt, hey, wie kann das sein, wie er sagt, wie es das nicht wahr ist, er setzt dann direkt ihren Mann, der natürlich komplett durchtritt, weil der Vater von Lola ist ein gewalttätiger, richtiger Macho, würde ich das nennen, schleppt dann die Lola auch zur Pastoren, die ihr dann versucht hat, Dämonen auszutreiben, weil katholische Kirche und so weiter, ähm, ja, und, ähm, aus der Situation redet sie eigentlich nur Buckley, das ist eine Schulfreudin von Lola, die, ähm, dann beide quasi zu sich nach Hause nehmen und die beiden Mädchen hauen von dort dann auch ab, gehen ans Meer, weil das ihr großer Traum ist und da hört eigentlich der Film auf. Spoiler Ende. Ja, an was kann ich das an diesem Film? Oh, ja, 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 also, also eigentlich fangen wir mit dem Positiven an. Eigentlich ist es eine sehr interessante Inszenierung. Einerseits ist es natürlich sehr wichtig und sehr wichtig, dass man mal über die Roma-Community in Spanien redet, dass das auch gerade dort spielt, wo das scheinbar überhaupt nicht normal ist, also nicht so normal, wie es bei uns ist. Es wird auch immer wieder auf diese Unterschiede eingegangen. Es werden immer wieder von sich selber, aber ich, ähm, zitiere hierbei, von Zigeuner und sie reden immer von Weißen und ich nehme an, Weißen sind dann die anderen Spanier, die, ähm, nicht zu dieser, zu dieser Community, zu den Romas gehören und das ist immer so ein bisschen dieses, ähm, ein schlechtes Verhältnis, so wegen, sie sind schlechter dargestellt. Ich habe auch ein bisschen recherchiert. Scheinbar sind, äh, die Romas, wie oft der Fall, eben der Fall ist, ähm, halt von der Gesellschaft, Art Außenseiter von der Gesellschaft und leben an der Armutsgrenze und so weiter und das kriegt man auch sehr, sehr stark rüber und das ist, da ist der Film wirklich sehr wichtig. Es ist auch wichtig, dass wir immer Homosexualität reden, weil, wie gesagt, wir hier in Deutschland mit der Ehe für alle, das ist für uns normal, aber selbst in Spanien ist die Ehe für alle auch offen, aber da ist es halt in dieser Gesellschaft nicht normal. So, aber, der Film ist einfach narrativ nicht sehr interessant. Also ich habe mich durch, bis auf die letzten 20 Minuten, die dann die Auflösung des Films bedeuten, habe ich mich da ein bisschen durchgequält. Es ist natürlich eine Liebesgeschichte, sie ist langsam, sie ist, sie ist sanft, sie tastet sich da so ein bisschen voran, das verstehe ich, aber es ist halt die Liebesgeschichte eines Sexual Awakening, es ist der sexuelle Frühling, die lernen das erste Mal, ah, okay, das gibt es noch und ah, diese sexuelle Erwachen ist da und das ist halt einfach etwas, was wir schon so oft gesehen haben im Kino. auch mit der Thematik verbunden Homosexualität, also da gibt es halt einige andere Filme und das finde ich sehr schade, weil man könnte eigentlich das, worüber sie in den letzten 20 Minuten eigentlich dieses Film geredet wird, wäre es viel interessanter darüber mal ab da quasi einen Film zu haben, wenn man einfach das Ganze, was davor ist, dass man es maliges kurzer dreht und dann sagen, okay, was ist danach? Weil darüber habe ich, möchte ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich darüber schon mal einen Film gesehen hätte und das wäre wirklich sehr interessant, wenn man sich mal darauf konzentrieren könnte, anstatt, dass man wirklich aus einem kleinen Arbeitsziel für Liebesgeschichten was rausbehält und sagt, ah, okay, hier, also es ist wirklich dieses, auch das Carmen erst mal sagt, nein, ich bin nicht lesbisch und ah, oh, okay, ich mache doch Mädchen, das ist halt das ist halt nichts Neues, das ist wirklich nichts Neues, das ist wirklich nicht sehr originell, ja, und da könnte man definitiv nochmal machen, weil ansonsten ist er gut umgesetzt, es ist eine Art mit der Kamera, es ist ein bisschen sehr shaky manchmal, es sind sehr interessante Kameraeinstellungen und es ist sehr atmosphärisch, sehr nah, aber er hat nicht sehr originell. Ich will diesem Film 3,25 Punkte geben. Die 2,5 Punkte hat er sich wegen den letzten 20 Minuten eingeholt, wo sie nochmal die Pauke schlagen, nochmal ordentlich Gas geben, aber ja, ja, mehr kann ich auch nicht geben mit gutem Gewissen, es ist kein schlechter Film, es ist auch ein wichtiger Film, es ist nicht ein bisschen origineller, Leute, so, ja, ich würde diesen Film empfehlen für Menschen, die sich für außerhalb des Mainstream-Kino interessieren, also die sagen, ich möchte gerne mal eine Liebesgeschichte in einem spezielleren Hintergrund, in einem anderen Hintergrund als Hollywood sehen, auf jeden Fall, die sich halt so viel das Gefühl, ich würde es jetzt Kulturkino nennen, ich glaube, das ist auch der Ausdruck, also auch, die sich so ein bisschen für das Kunstkino interessieren, wobei, so sehr Kunst ist er dann nicht, ihr wisst, was ich meine, Arthouse ist das Wort, was ich suche, das Weltkino, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, es ist sicherlich ein Film, den man sich gerne angucken kann, es hat ein langsamer Film und wie gesagt, nicht sehr originell an manchen Stellen, ja, aber es ist trotzdem ein wichtiger Film und natürlich müssen wir solche Filme auch in unserer Reihen haben. Aplausos 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 Aplausos